So Ich bin jetzt Bayonetta, weil wir unbedingt mal so ein Thumbnail machen wollten und es hat funktioniert, denn ihr habt draufgeklickt. Und Dan bestimmt auch. Ich habe gestern Abend schon draufgeklickt. Guck mal, sie ist fast nackt. Geile. Ja, 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 an dieser Stelle nehme ich dir das Mikro weg. Bayonetta, wer es nicht kennt, völlig überdrehtes Hack-and-Slay-Spratze, sonst was, spielt eine Hexe, die sich mit Engeln anlegt und für jeden Treffer Klamotten verliert. Warum nicht? Find ich gut. Hast du wenigstens auch mal einen Grund, Kombos durchzuziehen, ne? Eben, eben, eben. Wenn das mal echt so wäre, oder? Hier, konzentrieren die mal. Achso, Entschuldigung. Mensch, kurzes Spiel, kurzes Video. So, jetzt pass auf. Drück X. X, aaaaaaah, achso, die ganze Zeit, aaaaaaaaaaah. Stirb, 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 stirb. Und jetzt? Also, wenn man dabei nicht einen Anfall bekommt, dann weiß ich auch nicht. Es standen jetzt gerade zwei Frauen auf zwei Düsenjägern. Und jetzt kommt ein Monsterdrache hinterhergeflogen und der leuchtet. Gehört der zu mir? Ne. Egal. Egal. Wir töten jetzt einfach wahllos. Fast nackt. Ja, mach mal ordentlich Kombos. Ihre Klamotten bestehen nämlich aus ihren Haaren, ne? Ja. Ja. Einfach Matsch. Hier. Nimm das. Nimm das. Du widerliches Stückchen Kot. Oh, das hast du so fast nackig. Ah, weiter. Geht die auch ganz nackt? Ne, ne? X und A. Torture Attack. Wow. Oh, schade. Irgendwie kommen da immer die gleichen Gegner, hab ich das Gefühl. Ja, wir müssen doch mal zum Ende kommen da. Wir haben vorher Oculus Rift gespielt. Das ist dem Dan jetzt immer noch ein bisschen schlecht. Und so ein Spiel wie Bayonetta 2 hilft dann natürlich nicht. Ja, das stimmt. Nehmen. Oh, Fuß von unten. Oh, was? Was? Ja, klar. Voll realistisch. Wo bist du? Wo bist du denn? Wow. So. Vorsicht, da haben wir's. Wow. Muss ich wieder irgendwas drücken? Das ist jetzt ein Boss, ne? Ja. Der war's, glaub ich, oder? War's das? Ich muss jetzt mal den Boss platt machen. Ah, jetzt machen wir's. Ach so. Oh, du hast gerade Flügelchen gehabt. Kleine Elfenflügelchen. Mach das nochmal. Warte, warte, mach ich. What? What? Wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle! Ich weiß absolut nicht, was ich hier tue. Oh, shit. Hallo. Es sieht professionell und gut aus, was du da machst. Ich weiß, ich weiß. Das ist immer das Wichtigste, dass man bei allem professionell und gut aussieht. Ich kann eigentlich gar nichts. Was ist El? Ell. Oh, jetzt ist also grünes Zeug auf deinem Zug. Ja, glaube, ich glaube, ne-ne-ne, ne-ne! Oh! Da kommt wieder der nächste Jet. Jawoll! Das letzte Stück fliegt hier noch rum. Das hattest du erwartet, dass das so ausgeht. Ja? Jetzt musst du hier dieses Gemächt abschneiden. Hau mal richtig drauf da! Yeah! Linke Schulter da! Hab's alles schon gemacht! hier läuft doch wohl ja keine ahnung hilfe oh mein gott sie ist fast nackt auch schade da war eine rosa es gesehen weiter sieht aber auch so aus als wäre es ein bisschen anstrengend es ist unfassbar anstrengender ich glaube ich krieg einen elektrischen schock gleich jetzt ist pause aber schöne brille also ganz ganz abgefahren denn ist total abgekämpft so hatte ich eine frau noch nie rangenommen noch nie noch nie wenn ihr was friedvolle gesehen wollt dann schaut ihr links und was ein abonnement da es kostet auch nichts abonnal morgens abonnal abend schnell weg